willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im thorsten und heute fange ich mal ein bisschen anders an ich fange mal mit einem video vom dragon an er ist vom clan black bett black bett und ich war ja beim dragon at mit dem thorsten und dem chefkoch die liga spielen also in einem etwas kleineren ja ich nenne es mal so event-clan aber er hat mir dieses video geschickt und wenn ihr auch coole videos habt coole glitches oder was auch immer dann immer ab in mein google drive so hat er das auch nicht gemacht nee so hat er es nicht gemacht sondern er hat mir eine e mail geschrieben link ist immer in der beschreibung wo ihr vielleicht auch einen coolen link zu eurem google drive habt oder zu onedrive oder was auch immer wo ich halt etwas downloaden kann das was ich allerdings nicht machen kann ich kann es euch jetzt nicht so zeigen kann jetzt nicht so hin und her gehen wie ich es gerne will aber er hat mir einen schönen angriff geschickt und zwar ist das rathaus 11 auf rathaus oder das alles habe ich das gerade mal wieder nicht gesehen musste ich mir dann noch mal im nachgang angucken aber es war noch aus der letzten laufenden cwl und um die geht es ja heute denn ich muss bonus verteilen ich muss bonus verteilen was war das gerade da oben habe ich kann ich hier sehen nicht das was verboten das war ich muss noch bonus verteilen und das ist immer sehr sehr leidig finde ich als leader oder als feeds ich meine als leader im clan free to play überlasse ich das gerne den feeds eigentlich die haben es aber heute nicht gemacht und deswegen muss ich heute den boomer spielen also wer glaube ich bonus verteilt ich weiß nicht bei spätze mit los und bei bei gsi mit den hohen accounts da ist es eigentlich immer ganz piano da sagen ganz viele ich brauche nichts mehr ich bin ja maxed und da reichen mir die medaillen die wir hier geholt haben oder oder man einigt sich die die drei sterne geholt haben kriegen den bonus noch dazu oder was auch immer wie auch es ist es halt unterschiedlich wie man es macht und ich will mich aber gleich da mal reinstürzen deswegen habe ich heute auch schon die pvp jacke wieder an die die muss dann sein ich muss dann gestärkt sein ich muss gestärkt sein wenn ich gleich wieder wenn ich mich gleich zum boomern mache und naja aber eigentlich schönes ding hier aber ich glaube das war glaube ich ein schwächeres rathaus auf ein besseres rathaus ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube ich müsste es mir jetzt noch mal angucken aber ihr habt das gesehen mit was es zumindest aufgenommen wurde es wurde hier mit dem ich glaube ist es der google der google play player also mit mit google habt ihr auch eine aufnahmefunktion und könnt dort videos aufnehmen die qualität hier war eigentlich auch super und ich bin überrascht dass das hier auch so ins bild passt jetzt gehe ich allerdings kurz mal aus meinem google drive raus und gehe dann auf das dorf von der lela und fange da mal an so ein bisschen bonus zu vergeben okay hier sind wir auf der lela und ja ich bin hier mit dem account übrigens auch ein kleines status update ich bin hier fertig mit dem account also nur noch die kanone aus dem anderen dorf also einmal die errungenschaft hier gemacht mache eine kanone mit dem bauarbeiter von drüben allerdings ist glaube ich mein baarbeiter von drüben da war eben an ist fertig er war eben noch beschäftigt dann können wir den eigentlich laufen lassen das solltet ihr übrigens auch machen kostet 1,5 mille und kann ruhig laufen ich muss die kanone noch ganz regulär updaten hier kann ich gar nicht kann ich gar nicht machen aber das kann ich machen zwei tage kann ich neben hier gönnen und ich habe noch ein paar tage forschung hier vor mir deswegen bin ich zuversichtlich dass ich auch den potty wieder vollkriege aber ihr seht dass wir haben noch die gekreuzten schwerter hier unten auf der ecke und das bedeutet klar nur liegt okay das bedeutet klar liegt wir waren in silber drei sind jetzt nach silber zwei aufgestiegen ich zeige euch eben mal die gruppe free to play wir haben also mal wieder nett gekämpft obwohl wir oben dieses mal auch schwerere rathäuser hatten als die liga vorher und konnten da gar nicht alles machen ich glaube da hat mal über 500 sterne und über 15.000 prozent zerstörung diesmal war es etwas weniger und ich denke mal im laufe der normalen liegen wird es auch immer ein bisschen weniger werden also es wird immer wieder ein bisschen bisschen enger werden aber ist nicht so schlimm ihr seht dass wir hier alle klarkriege gewonnen haben also merkt euch mal kurz die zahl 7 müsst euch mal kurz merken denn ich erkläre euch mal kurz wie man den bonus eigentlich verteilt und warum man wie den bonus verteilen kann es gibt dort tabellen da müssen mal vielleicht auf den deutschen wiki schauen oder so wo man sehen kann von wann bis wann bekomme ich eigentlich garantierten so genannten garantierten bonus und wir haben hier sieben mal gewonnen also merkt euch kurz sieht die zahl 7 und dann können wir auch in den in den bonus vergabe pool reingehen aber wir waren hier in silber drei sind jetzt in silber zwei das heißt in silber drei bekommen wir schon mal einen so genannten garantierten boni ein einzigen das steigert sich natürlich von liga zu liga je höher du in den liegen kommst auch hier in der clan war league desto höher ist dein erster so genannter garantierter bonus das heißt egal wie ihr abschneidet auch wenn wir hier unten jetzt alle verloren hätten könnte ich einem einzigen trotzdem bonus können ja haben wir aber nicht deswegen kann ich ihnen etwas mehr bonus verteilen und zwar wir haben einen garantierten bonus und wir haben sieben mal gewonnen pro sieg kommt ein bonus dazu das heißt also maximal kann ich jetzt acht mal boni verteilen und da tue ich mich wirklich ein bisschen schwer da muss man dann auch statistiken führen über gewisse kriege beziehungsweise man muss seine leute so ein bisschen so im blick halten denn es ist ja wir mussten auch während der liga hier leute entlassen es war nachher sogar oder einer ist sogar freiwillig gegangen den muss man hier entlassen denn am ende war es sogar so dass ich leute mitnehmen musste in den klaren krieg die schon nicht mehr im clan waren sie sind ja immer noch in der liga gelistet aber sie waren hier halt nicht mehr drin und im laufe der liga muss ich halt oder mussten wir den einen oder anderen rausschmeißen und eigentlich müsste ich mich auch rausschmeißen denn ich habe auch einen tatsächlich ein liga angriff mit der lela nicht gemacht das war hier im letzten ck da habe ich mich total vertan muss ich sagen denn den haben wir ja okay wir haben wir zu null gewonnen aber ich war hier glaube ich auf der 18 gelistet mit der lela und wollte eigentlich mein gegenüber machen aber mein gegenüber habe ich dann irgendwie warum auch immer mit dem frei gemacht und der frei ist auch einer meiner accounts keine ahnung was mich da geritten hat ich habe die lela echt vergessen und ich habe tatsächlich im letzten klaren krieg hier nicht angegriffen na ok genug sterne hatte ich sowieso schon aus den vorherigen klaren kriegen aber trotzdem hat mich jetzt eben bisschen geärgert als ich noch mal rübergeguckt habe den not thomas haben wir hier mitnehmen müssen weil er mal da war aber der rest hat die eigentlich ganz gut angegriffen und ja es geht dann halt darum dass nur den bonus verteilt gift bonus ist denn erst wenn du den bonus verteilt hast kannst du wieder einen klaren krieg starten ist das wirklich so warte mal saison result ja du kannst jetzt du hast jetzt keine chancen klark zu starten du musst den bonus verteilen dann machen wir das dann machen wir das mal wer soll hier jetzt bonus bekommen also es sind alle mit hier drin die hier im clan gemeldet waren in der liga es gibt ja jetzt welche die habe ich gekickt liverpool die haben alle 0 sterne hier jonas und hat immerhin ein stellen gemacht der haie hat drei sterne gemacht und hat auch den konnte ich jetzt nicht so oft einsetzen aber ich würde sagen dem haie können wir mal bonus ja und zwar gibt es jetzt glaube ich ich muss jetzt selber mal gerade ins wiki gucken im hintergrund ihr seht das jetzt nicht 35 modell kann ich verteilen ab silber 2 sind es 40 bei silber 1 45 also der diejenigen bekommen jetzt alle 35 medaillen noch mal drauf auf ihren auf ihre jetzt schon verdienten medaillen der tv den haben wir leider entlassen müssen den reflex auch scala sieben sterne nicht ganz geschafft den vollen bonus das ist auch das ist eigentlich auch schade aber egal wir nehmen die scala hier mal mit rein oder den und ihren dann gibt es natürlich auch viele die hier die hier immer immer am start sind oder wie habe ich die tage gesagt muss man ja anders sagen am stessel am stessel sind und das ist auf jeden fall jeder der fred der esel das ist auch youtube gaming allerdings hat er auch gerascht dem dem gönne ich das nicht team ist hier sehr sehr aktiv wir nehmen hier oben glaube ich den elbjungen mit rein der ist auch immer sehr sehr aktiv und das wir können immer noch bonus verteilen lehla kriegt nix okay wir nehmen hier noch glaube ich ein von hier oben nehmen wir meinen jj ich weiß auch nicht wer vorher schon bonus bekommen hat von mir ich mache mir keine screenshots keine statistiken gar nichts das dürfen dann gerne andere machen aber ich mache es nicht moin struppi frei flenz lancelott uff da kommen wir nehmen mal die dauernörglerin hier ihr kriegt auch ein bisschen bonus von mir ich muss ja die leute auch ein bisschen an der stange halten ne okay also wenn ich jetzt die bonus so vergebe dann kann ich auch wieder einen klarkrieg starten seht ihr jetzt geht wieder start klarkrieg also das nochmal zur erklärung hat jetzt zehn minuten gedauert okay tote jetzt hast du ganz schön lange rumgelabert aber jetzt können wir endlich einen klarkrieg starten wir sind und satte 32 ok da muss ich den ein oder anderen raus lassen ich lasse mich erstmal glaube ich raus denn warte mal sie gesegnete bruno bruno da können eigentlich alle mit ja und roll nicht general nügen ist nicht mit dabei was gar nicht warum der nicht grün ist aber egal ich lasse erst mal meine meine raus und damit meine community spielt damit die community hier mitspielen kann mal allein im cameo der hat heute schon den ganzen tag gefragt wann startest du toto ja jetzt und und einen muss ich noch raus lassen flans struppi flans brauche ich eigentlich bei mir demnächst ich lasse den flans bach aus dem bräuchte 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 streams dem bräuchte streams und dann starte ich einfach mal klarkrieg ok 30er alles klar wunderbar 30er ist schon mal gar nicht schlecht und jetzt geht gleich das genöle los weiße toto ich habe keinen bonus gekriegt oder was auch immer naja ich wollte euch nur mal erklären ist jetzt eine erklärbe erfolge geworden ich hoffe das ist nicht ganz so schlimm jetzt für euch und jo hat noch gar keiner genölt aber das waren jetzt zehn minuten 37 wo ich eigentlich nur gequatscht habe dabei wollen wir doch eigentlich immer alle clash of clans spielen und schauen wir mal dass wir hier netten gegner finden ich bin ganz zuversichtlich alter zweiter klick ich muss mal wieder ein bisschen dunkles aufgeben ihr wisst ja dieses problem 20.000 kannst du nur haben und 20.000 kostet jetzt der king auf level 5 den will ich ja level entweder hole ich mir das zeug jetzt so oder ich hole mir jetzt in den nächsten tagen solche geilen dörfer hier lass mal gerade checken was habe ich in der klanburg ich habe perfekte loons wieso bleibt das eigentlich nicht wenn ich da drauf klicke jetzt bleibt nicht wenn ich da drauf tatsche ok egal wir gehen hier mal vor 1 2 da fehlt noch irgendwie fehlt dem eine luftabwehr ach die ist da unten perfekt ist die sogar da unten ok dem fehlt eine luftabwehr sage ich gerade alles klar dem fehlt eine luftabwehr dem fehlt kein feger wunderbar dann können wir hier ich habe ein bisschen lakaien dabei das liegt noch daran aus dem aus dem passspiel aber kann ich euch an die hand geben nehmt die ruhig mit die machen nämlich so ein paar prozent hier vor allen dingen außen und hier ihr seht das gerade ich fahre jetzt so ein bisschen für mich ich habe nur ich kriege nur geschütze von den von den kleinen minions und das ist echt super denn dann kann ich gleich mal den drachen richtig ins geschehen reinschmeißen hier und dann nehmen wir den ersten mal da der könnte schon mal richtung feger gehen hier gibt es jetzt gab es leider schon bogenschützenbeschuss ja ok aber wir warten jetzt erstmal bis der feger darauf auf der ecke weg ist wir haben hier nichts in der ecke und unser king ist schon hin okay unser king ist das leider schon hin dann würde ich sagen nehmen wir hier unsere beiden loons wir nehmen die klanburg mit rein wir nehmen hier die restlichen drachen mal schauen und die kann ich gleich hinterher schicken alter das nenne ich mal perfekten pfanne hier wir nehmen wir noch nicht ganz alle wir nehmen noch nicht ganz alle und schön immer die ganze zeit in wut lassen ja ich meine ist ein rad auf siebendorf ist nicht so gut aber ich sage ja immer leute es ist clash of clans es ist clash of clans hier und der kleine minion hier hinten macht jetzt den king fertig pik 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 level 1 ging okay alter falter geht gar nicht ok so aber sieht ganz gut aus und ich brauche noch nicht mal meinen dritten boot hier meinen letzten boot und damit habe ich ein bisschen reingefahren die ich will ja jetzt so zwei vier sechs ich glaube sechs tage sind es noch dann starte ich mein ratus hier auch auf acht denn die letzte forschung kann ja laufen oder vielleicht starte ich sogar noch ein bisschen eher denn das labor das ist vielleicht auch wissenswert für euch das labor kann laufen wenn es verbessert wird das heißt also angenommen ich bin jetzt auf der rater stufe acht verbessere mein labor und da läuft noch eine truppe denn die die truppe läuft weiter ja die truppe läuft weiter und haben wir ganz gut reingehauen mit der truppe greife ich im moment ganz gerne an ich habe im moment ein bisschen kleinen elex überschuss aber ist ja manchmal so und dann geht das ganze in jedem fall seinen weg ich hoffe die bonus verteil folge hier hat euch ganz gut gefallen ich hoffe die erklärungen waren ganz gut also wenn ihr die ganze tabelle sehen wollt schaut einfach ins deutsche wiki da ist alles abgebildet ab wann man wie wo bonus bekommt da kann man sich das so ein bisschen ausrechnen was man bekommt ich habe jetzt eigentlich ganz gut medaillen dazu bekommen ich habe jetzt keinen bonus dazu bekommen in den seltensten fällen kann ich euch sagen gebe ich mir selber bonus weil ich eigentlich mit den medaillen schon ganz gut auch mit diesen accounts hinkommen aber mal sehen wie ich jetzt vorgehe king braucht 20.000 und ihr seht das ja wieder hier 20.000 hier ich könnte mir jetzt aus dem pass was holen das habt ihr glaube ich gestern auch vorgestern gesehen da 5000 da 5000 aber sie gehen halt nicht rein weil hier mal wieder nur exakt 20.000 einpassen natürlich sehr schade egal hat es euch gefallen dann lasst mir jetzt am ende ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen nicht vergessen und dann sehen wir uns natürlich in den nächsten videos ich hoffe die vorherigen videos und auch der live stream haben euch ganz gut gefallen das kann ich manchmal nicht sagen weil ich auch jetzt wieder vor produziere also für mich ist jetzt heute abend dienstagabend und deswegen kann ich ja nie sagen ja mein live stream war geil oder mein gästiges video hat euch gefallen oder so manchmal mache ich das sehr zeitnah aber heute bin ich etwas etwas davor weil arbeit real life korano ihr wisst ich habe immer was zu tun deswegen muss ich auch manchmal ein bisschen vor produzieren aber heute mal aus dem free to play clan wie gesagt vielen dank fürs zuschauen bis dahin leute oder total ja 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 ja